Wenn man zu viel Gewicht hat, kann das Trainieren eine Tortur sein. Fitness-DVDs sind langweilig. Das eintönige Training hat mich total gelangweilt. Ich fühle mich wie ein Verlierer. Was wäre, wenn es eine Alternative gäbe? Sumba macht dich einfach glücklich. Du fühlst dich einfach großartig, wenn du fertig bist. Du fühlst dich motiviert, als hättest du eine Party während der ganzen Zeit, in der du deine Übung machst. Das ist die erstaunliche Magie hinter Sumba. Es ist, als sagst du dir, wir tanzen jeden Tag. Wenn Sie Ihre lästigen Pfunde loswerden wollen und den schlanken, sexy Körper möchten, von dem Sie schon immer geträumt haben, dann ist es Zeit, mit dem langweiligen Training aufzuhören und mit der ultimativen Party zu beginnen. Sumba Fitness! Mit Sumba habe ich 20 Kilo abgenommen und mein Gewicht gehalten. Das ist fantastisch. Mit diesem fantastischen Workout können Sie Ihren ganzen Körper formen und straffen. Mit seinen lateinamerikanischen Rhythmen fühlen Sie sich wie auf einer Party und tanzen sich so Ihre überflüssigen Pfunde einfach weg. Sie verbrennen jede Menge Kalorien, Kalorien, Kalorien. Und was Sumba Fitness wirklich ausmacht, ist die Musik, die von den aufregendsten Stilen und heißesten Rhythmen aus der ganzen Welt geprägt ist. Aber lassen Sie sich von all dem Spaß nicht täuschen. Dieses fantastische Workout ermöglicht Ihnen, jede Menge Kalorien zu verbrennen. Jede Bewegung beansprucht Ihren Unterkörper, Ihre Bauchmuskulatur und Körpermitte und Ihren Oberkörper in einem 3-Zonen-Kalorien-verbrennenden Programm. Und das Beste, mit Rhythm Progression können Sie Sumba schnell und einfach lernen. Sie verbrennen also Kalorien von Anfang an. Die tollen Sumba Toning Sticks machen die Gewichtsabnahme zu einem noch größeren Spaß. Sie sind wie Maracas und rasseln zu dem ansteckenden Letting Beat. Das alles zusammen endet in einem dynamischen Workout, das sich nicht nach einem anstrengenden Training anfühlt. Und das bedeutet, Sie erhalten fantastische Ergebnisse. Ich glaube, die Leute haben so viel Spaß, weil sie gar nicht merken, dass sie so ein super Training machen. Es fühlt sich gar nicht nach Arbeit an. Du tanzt, du hast eine Party. Wenn ich es kann, dann können sie es auch. Das ist deine Partyzeit, um loszulassen und wild und sexy zu sein. Wenn du es noch nicht probiert hast, verpasst du wirklich etwas Fantastisches. Und was diese Party so richtig anheizt, ist die Musik. Musik. Jedes Sumba-Trainingsprogramm wurde zu einer eigens komponierten Musik entwickelt, von den besten Musikern gespielt. Es geht nicht anders. Bei dieser Musik muss man einfach aufstehen und mitmachen. Die Musik in Sumba ist so wichtig, weil sie voller Energie steckt. Und sie weckt die Leidenschaft in dir. Du musst dich einfach bewegen und gut fühlen. Es ist für jeden etwas dabei. Es ist Salsa dabei, es ist Hip-Hop dabei. Es gibt Merengue, es gibt Kalypso, es gibt Bellydancing, es gibt Flamenco. Die Sumba-Fitnessmusik ist phänomenal. Der Rhythmus, das Schlagzeug, es bringt dich dazu, dich zu bewegen. Es ist völlig anders als alles, was ich je probiert habe. Du hast vom Anfang bis zum Ende ein Lächeln auf den Lippen. Jetzt gibt es ein fantastisches Fitnessprogramm, mit dem Sie Ihre überflüssigen Funde loswerden können. Und einen schlanken, sexy Körper bekommen, den Sie schon immer wollten. Und das Beste daran, es macht einfach nur Spaß. Hier kommt Sumba, das mitreißende Workout, das die Welt im Sturm erobert hat. Dieses unglaubliche, vom Tanz inspirierte, kalorienverbrennende, muskelformende Ganzkörpertraining fühlt sich nicht nach einem anstrengenden Workout an, weil es so viel Spaß macht. Mit seinen lateinamerikanischen Rhythmen fühlen Sie sich wie auf einer Party und verbrennen jede Menge Kalorien, Kalorien, Kalorien. Super!